ARD Text im Auftrag von Funk Wir werden trotzdem poliert Definitiv Ja Ich bin jetzt schon verkackt glaube ich Wie jetzt schon verkackt? Geht doch gar nicht Ich hab BBF nicht geschickt Im Übrigen dein Mikrofon knistert ein bisschen Es knistert ein Billschen jetzt besser Ja jetzt ist es besser Ist das scheiß Kabel Ich muss auf jeden Fall mit Terrano ruhiger werden Was waren denn die eigentlich? Ich hab gar nicht geguckt Ich hab keine Ahnung, ist mir auch egal Zufall Bodos Zufall Bodos Ja, Zufall Bodos Wann nimmst du das zweite Gas immer? Später, erst später, ich glaub nach der Barracks Aber ich bin mir nicht sicher, also ich hab noch keine Bilder oder? Ich hab auch keine Das ist je nachdem glaub ich Keine Ahnung Das erste Gas aufhören wir direkt nach der Barracks Ja, das hab ich Das nehm ich meistens noch zu vorne Barracks Dann baue ich Worker bis 19 Und dann kommt hier ein Reaper Und das Orbital Das hat eher die Satellitenzyltrale Ja Orbital Kommand ist hab ich auch gleich Genau Also wenn die Barracks habe Ja genau, passt das nämlich genau Also genau bei 9 sind Worker Das ist dein Reaper Du musst auch genau gleich das Gas haben Und dann geh ich gleich Echsen Ja, das ist das Grundding Und jetzt weiß ich nicht weiter Ich nehm jetzt das zweite Gas Ne, das ist nämlich viel später Da war ich glaub ich Zuerst noch Marine Wir wurden gescouten Ob an der Gold was ist Okay Er hat mich nicht gesehen Das ich jetzt hinfahre Wofür war jetzt noch Ich hab ein Reaper jetzt Und jetzt braue ich den Marine ein Und dann müsste ich jetzt unten beim Bei meiner Echse noch nen Bunker bauen Um die abzusetzen Abzusetzen halt Vor allem gegen TOS müsste ich das machen Der Radar ist immer dabei Diese alle Alle Worker BBF Einsatz bereit Oh, das ist alles Oh, das ist alles Oh, ja Baby Oh, da hat der Cannon gebaut Das hab ich gleich gesehen Oh, jetzt braue ich Oh, jetzt braue ich auf jeden Fall das Ding Und da war der Marine Und jetzt glaub ich glaube ich Wenn ich die Fabrik gebaut hab Braue ich meistens noch Dann braue ich das Das zweite Gas Könnte den Dings dann kommen ne Ein Orakel oder sowas Ja, bestimmt Die werden immer noch gescoutet Der weiß, dass ich ne Gold hab Ich komm nen Cannon Rush oder so Nee, eigentlich nicht Ist jetzt zu spät Ja, jetzt spielen wir zu spät Und da fährt die immer schön rum und scoutet Das muss ich mal unterbinden Das nervt mich Den kann man doch irgendwie wegmachen Den Bunker Den Bunker Von der Einwahl Zu schlecht, ich weiß auch nicht Wahrscheinlich bei Protoss wär ich jetzt auch noch ziemlich schlecht gegeben So, haben wir den wenigstens bekommen So, auf jeden Fall ein Luftabwehrtürmchen bauen Oh ja Das braue ich noch hier Dann Erweiterung Fertiggestellt Das braue ich noch Und dann fett Mude schmeißen Ja, hab ich schon Du hast die Gold genommen, ja Naja, hab ich die Gold genommen Aus der Bahn Bumbo Marines ohne Ende Ich geh wieder auf Kreuzern BBF bereit Nicht genügend Mineralien Und die ist bereit, schon die SX zu fahren Nicht genügend Mineralien Schlechte Wart Lichter Nordenhof Mineralien Nicht genügend Mineralien Wir wollen nochmal einen Flughafen Hab ich schon drauf Und vielleicht ein Panzer Oh, für Panzer wär auch irgendwie sinnvoll, ja Hab ich grad null Money, null Nicht genügend Mineralien Ich baue jetzt auch einen Ich weiß noch nicht, wie ich meine Gebäude irgendwie In meiner Produktionsschleife Dingser Ich baue mal ne Benji BBF bereit Nicht genügend Mineralien So und jetzt Die Post nicht vergessen, ne Kann man denken Na ja Auf irgendeinen gewissen Punkt musst du dann Doppel-Depots bauen Durchgängig Ach, frag mich nicht mehr Ich baue jetzt immer zwei Depots meistens Ab die Post Ab die Post BBF bereit Nicht genug Nicht genügend Oder gescannt Ist nicht gut Doch ich weiß nicht was es ist Nicht genug Weiß Pinkas BBF 1 Ja wir können ja auch scannen Du musst auch gar nicht scouten eigentlich, ne Du scantst doch einfach mal irgendwann Ja Das ist halt der Vorteil von der Runner Und dann brauche ich Doppel-Upgrades BBF bereit Nein, das ist falsch Wie gesagt, man ist echt in Protos gewöhnt und braucht nicht durchgängig Ach, deine Benji hat jetzt schon Angst Hat jetzt schon Angst Das ist meine Ich brauche noch eine zweite BBF bereit Ich habe meine dritte jetzt auch schon im Also vielleicht stehen Ne, dritte habe ich noch nicht Ich brauche noch eine dritte Ich brauche noch eine dritte Ich brauche noch eine zweite Banshee Das ist eigentlich meine zweite Banshee Das ist eigentlich meine zweite Banshee Das ist der Banshee Der Banshee jetzt Da kommt die zweite Banshee Da kommt die zweite Banshee So, ich kann mich mal stressen Sie haben gleich die Tarnung erforscht Sehr gut Ich denke, das ist ja ein Depot Naja Ich bin bei 100 Ahja, die muss ja durchgängig waren Was liegt dann? Durchgängig 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 Deine? Ja, deine Aufgedankt und einsatzbereit So, wir gehen mal gucken Nur zu Was ist, wird anders Ach shit Mayday, Mayday Oh, ich habe doch gerade Dings gebaut Nach dem Boot Was kommt? Ich habe dann den Benjis verloren Kannste nicht abnehmen Ah, doch Stimmt Und wegfliegen Du bist nicht tot Du bist der Bahn noch Ich geh zu dir hoch Und du kannst Ja, ich geh runter Ja, gut Du kannst dich reparieren dann schnell noch Ja Wenn du nicht im Weg bist Wer hat die Flotte gerufen? Ja, die hat alle gebased Dann können wir los Go machen Los, los, los Verstanden Kurs ermittelt Ja, komm back rein, Bruder Ja, ich sehe es gerade Preuzer einsatzbereit Lass dich mal Komm her Sie wünschen Ab die Wolf Ja Gut, dann lassen wir einen Go machen Ach wirklich Kannst du noch den Dings holen, ne? Okay, was? Das Teil hab ich nicht bekommen Das Warpsteil zum Reimwappen So, er hat das Wolf flissen Ja So, Barracks Hoch Waden Wer hat die Flotte gerufen? WBS einsatzbereit Kurs ermittelt Gibt's Koordinaten oder was? Sie wünschen Was ist los? Uuuuund Weck ist der Wolf flissen So, eh, muss ich mich verflicken Kreuzerein Boah, ich hab so viel Geld, ey Verleg nicht Verwoll mal Und nun? Na dann los Geh'n Scan aufgrund Ich hab'n Scan Ganz schön Band auf Panzer vorn Probier den Panzer Ja, Commander Was Was Hört Das Panzer Geh'n Der Panzer dahinter ist schlimm Okay, Hörner Der Leichen steht Und ich weg Der Wolf ist grad aus Zu Aus Gehst du? Gehst schon Hey, wir haben gewonnen So, der Erste ist raus GG GG, erstes Spiel gewonnen Ja, äh Worte ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Einspielrunde, oder? Genau Rankingrunde Rankingrunde Wir waren auch nur Gold Also für Gold reicht's anscheinend noch Der sollte reichen ins Terrain für Gold Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Abonnieren nicht vergessen Genau Tschüss Tschüss